Hallo ihr Lieben, ich habe kürzlich ein Tradivideo gemacht und da habe ich euch von den Schläuchen erzählt. Jetzt habe ich einen neuen Schlauch dazu bekommen und zwar ist das der Schlauch von der Firma Take. Und der macht richtig was her. Die Firma Take bietet drei verschiedene Farbvarianten an. Einmal dieses schöne Grau, dann ein Schwarz und ein cremefarbenes Beige, was mir auch sehr gut gefällt. Das hier ist ein sogenannter Kaffeehaus-Tradischlauch. Das heißt, das ist ein richtig langes, breites Teil, was man ganz gemütlich fast schon auf den Bauch ablegen kann und dann in aller Ruhe seine Pfeife genießen kann. Eigentlich sind diese Schläuche für Lourdes und Bars gedacht. Es ist besonders strapazierfähig, weil die Leute gehen nun mal nicht mit den fremden Eigentums um, wie man es zu Hause machen sollte. Deswegen ist das hier auch kein Ziegenleder, sondern Kunststoff und in Kunststoff ist eine Edelstahlspirale verbaut. Sprich, die rostet auch nicht und das Ganze ist besonders flexibel. Wunderbar, da reißt der auch nicht die Pfeife runter. Die Puschel hier, die sind so richtig schön schmuseweich. Da kann man schön mit kuscheln. Und das Mundstück ist aus durchsichtigen Acryl. Hier steht einmal Take drauf. Und innen drin ist ein Edelstahlrohr. Da steht auch nochmal Take drauf. Ist für Bars und Lounge gedacht. Also passt natürlich auch ein Hygienemundstück drauf. Werde ich wahrscheinlich auch so benutzen. Muss man aber nicht. Traditionell sind die hier vorne aus Holz. Sollte man auf jeden Fall ein Hygienemundstück nehmen, weil Holz weicht auf und dann habt ihr nachher Splitter am Mund. Was allerdings aus Holz ist, ist der Pfeifenanschluss. Also das Teil, was in die Pfeife kommt. Passt auf kleine Anschlüsse, passt auf dicke Anschlüsse. Und wenn ihr so eine Pfeife hier habt, nehmt die Dichtung raus. Denn die braucht ihr für den Schlauch nicht. Einfach rein. Zack, jetzt wackelt schon wieder die Pfeife. Und das Ding ist bombendicht. Auch hier ist natürlich so ein schöner Puschel dran. Ich setze jetzt auch mal ein Hygienemundstück rein. Ist zwar mein persönlicher Schlauch. Ich habe hier meine Traubeminzepfeife. Ich habe den Hersteller gefragt, muss man den auch einrauchen? Und er sagte mir, nach drei bis fünf Zügen kommt das komplette Geschmackserlebnis schon rüber. Das werden wir jetzt mal testen. Den Tabak kenne ich schon. Deswegen weiß ich, ob der so schmecken soll, wie er denn jetzt letztendlich auch schmeckt. Ja, wie immer, der Kopf braucht noch. Also ich habe jetzt die ersten Züge genommen und ist tatsächlich, der Tabak schmeckt so, wie er schmecken soll. Traubeminze, die Minze kommt voll rüber. Ich habe den Schlauch, wie gesagt, nicht eingeraucht. Und trotzdem ist der Geschmack voll da. Und natürlich würde diese Riesenpfeife nicht auf dem Tisch stehen, sondern auf dem Boden. Ich wollte es euch nur noch mal gezeigt haben. Jetzt zeige ich euch mal den Vorteil von so einem großen Kaffeehausschlauch. Ihr könnt ganz gemütlich in euren Stühlchen lümmeln und an eure Pfeife saugen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so schnell wirklich der Original-Tabakgeschmack rüberkommt. Dieser Schlauch, der riecht nicht nach Chemie, nach gar nichts. Dementsprechend hat er auch keinen Eigengeschmack und er überträgt sofort den Tabakgeschmack. Ich denke, wenn man den noch ein bisschen länger geraucht hat und ihn nicht sauber macht, so sollte es eigentlich auch sein bei Tradi-Schläuchen, dann nimmt der noch mehr Geschmack an. Aber der ist schon voll da. Also ich glaube, ich werde mir noch den beigefarbenen für meine Doppelapfelfeife gönnen. Wenn ihr Interesse habt, ich verlinke euch natürlich die Firma Take wieder unten in der Beschreibung. Einfach anschreiben, sucht euch eure Farbe aus oder alle drei. Und dann würde ich sagen, genießen. Ich bin raus.